Schüsse auf Fiko Slowakischer Premier nach Attentat in Lebensgefahr Der slowakische Regierungschef Robert Fiko ist bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Auf ihn sollen vier Schüsse auf offener Straße abgegeben worden sein. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der slowakische Regierungschef Robert Fiko ist bei einem Attentat mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden, erklärte das Büro der slowakischen Regierung. Ein Verdächtiger wurde Medienberichten zufolge noch am Tatort in Gewahrsam genommen. Das Attentat ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Stadt Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. Mittlerweile soll Fiko mit einem Helikopter in ein Krankenhaus in der Stadt Banska-Büstrika transportiert worden sein. Ein Reporter der Tageszeitung Denik N. will mehrere Schüsse gehört und dann beobachtet haben, wie Rettungskräfte Fiko in einen Wagen trugen. Wie der Sender Tadrei berichtete, wurden insgesamt vier Schüsse in Fikos Richtung abgegeben. Europäische Politiker reagieren entsetzt. Der Angriff löste international Bestürzung aus. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach auf der Plattform X von einem feigen Attentat, das ihn sehr erschüttere. Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik, so Scholz weiter. Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verurteilte den Angriff auf X als abscheulich. Derartige Gewalttaten würden die Demokratie untergraben, schrieb von der Leyen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky reagierten schockiert auf das Attentat. Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, Robert, meine Gedanken sind in diesem sehr schwierigen Moment bei dir.